Guten Tag. Sind Sie neu hier? Wovon träumen Sie? Von schönen Frauen. Ich habe Frauen sehr geliebt. Besonders eine. Sie sehen ihr sehr ähnlich. Ich mag es, wie sie sich durch die Haare fahren. Wollen Sie mit mir durchbrennen? Na los, küssen Sie mich. Das wäre verrückt. Und wie lange haben Sie schon nichts Verrücktes mehr gemacht? Entschuldigung? Autos sind auf der Promenade verboten. Seit wann? Seit 50 Jahren. Da fuhr so ein Idiot im Ford Mustang hier rum. Das war ich. Mon Amour. Nur wenige Frauen haben mich so angesehen. Ich kann mich noch genau an sie erinnern. Du warst so schön. Verliebte sind doch immer schön. Stimmt. Wie schön man sein kann, wenn man verliebt ist. Musik dressing Drei Entschuldigung Stimmt. Wie schön ans Amour